Oh Mann, wir sind so schlecht, aber ich muss mich mal ein bisschen raffen. Ich kann... Ich hab keine Ahnung. Los! Wir sehen ein Weinglas, ein Pfeil nach rechts, einen weißen Kreis, ein Plus und ein Getränk. Oh Gott. Wein. Red wine is white plus drink. Wein. Weißwein. Ah, Weißwein plus Sprite. Weißwein und Sprite von KF. Ja, stimmt. Ich hab noch nie einen Star geküsst. Wer ist ein Star? Ist Jonas selbst ein Star? Komm, ja. Was hast du gezeigt? Ich hab ich nicht, ne. Achso. Wie, wie König? Ist ich ein Star? Fabisch. Na, aber natürlich. Sie machen jetzt fast Klassensfahrt mit. Okay, Bombe. Das war dann der Songtitel. Jumping. Diving. Waves. Nein! Hm? Ha. Ha. Up and down. Up and down. Up and down. Up and down. Oben, unten. Spring. An, ja, oben. Hm? Kann ich sagen. Oben, up and down? Oben und unten. Die kann man anders aus und ab sagen. Hör und tief. Auf und... Auf und ab von... Sorry, Leute. Dings, wie heißt die? Sorry, sorry. Johannes, welche Serie könnte Vincent immer und immer wieder gucken? Guck nicht so viele Serien. Ich guck gerade gar keine Serien. Ich guck gerade gar keine Serien. Kann ich dir was vorsagen? Habe ich noch nie in meinem Leben geguckt? Ja, ja, ja. Ich will nicht sagen. Welches Gerücht wird über dich erzählt? Ach so. Welches Gerücht über mich verbreitet wird? Ja. Ich glaube, das Gerücht, das am meisten über mich verbreitet wird, ist das wir zusammen sind. Und was ist da dran? Was? Was ist da dran? Ich verstehe leider nichts. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ja, 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 ja. Oh 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 oh, woah, das schugt ihr lang! Oh 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 oh, I'll be f***ed up, if you can't be right here, and it will change, we will change, we will change, I need you to stay, need you to stay, yeah. Genau, Vincent, Schauders. Die fragen mich schon wieder, ob ich B bin, B steht für Bambi, B für... Ähm, Shirin David? Ich darf das. Okay, das war ein bisschen zu hart für Vincent. Ja klar, das ist ja Shane. Bubsy, Bubsy, Bad Bunny, genau, Vincent, Shoutouts. Lieben wir. Lieben wir. Krass, ey. Ich muss echt mehr Shirin hören. Ich hab's gar nicht gestanden. Ich kann keine Noten lesen. Oh, Jesus. Das ist ein Mann. Eine Frau. So, ich pack einen. Ähm, wer ist das? Boah. Ey, ihr macht's uns richtig schwer, dieses Mann. Ich weiß, also überhaupt, ich hab keine Ahnung, ich achte darauf überhaupt gar nicht. Ist schon mal ein G, A, G, A. Mehr weiß ich nicht. Ich sag... Ah ja, supi. Lady Gaga. Voll gut. Ich bin G, A, G, A. Ach so! Darauf bin ich gekommen, natürlich. Ich hab nicht verstanden, was ich gehabt habe. Also G, A, G, A. Ich hab's gerade gar nicht verstanden. Oh, Lady Gaga. Ich hab wohl die Melodien reinfolgt. Voll cool. Voll schlau. Hauptsache, du hast den Schlüssel. Okay, ne. Let's go. Wann hatte Tim seinen ersten Kuss? Boah. Er war ein Frühstatter. Frühstatter, oder? Hast du schon ein Frühstatter? Ich weiß aber nicht. Lass schätzen einfach. Ich weiß gar nicht genau, wann mein erster richtiger, richtiger Kuss war. Das war eher so ein Kindergartenkuss. Ja, das ist okay. Aber jetzt hab ich mir schon verstanden. Ja, ich hätte auch sowas gesagt. Ja, okay. Ich weiß es aber selber nicht. 7a. Das war schon stark eigentlich. Ja, sehr nice. Respekt. Und ich hatte die Cowboy-Stiefel von ihr. Nein! Habe ich aus dem Disney Store damals gekauft. You get the limo out front. Wow. High the styles, every shoe, every color. You and your famous, it can be kind of fun. Hannah Montana. Lieben die auch. Lieb sie echt. Ja, ich hatte Bettwäsche. Ich hatte Hannah Montana Twister. Ich hatte alles von ihr. Eine CD, die mein Bruder kaputt gemacht hat. Ja, ich hatte alles von Hannah Montana. Ich auch. Ich habe Perücke. Ich hatte so ein Mikro. Und ich hatte die Cowboy-Stiefel von ihr. Nein! Habe ich aus dem Disney Store damals gekauft. Nein! Gibt noch so ein geniales Bild von mir mit der Verrücke. Du wolltest mir auch mal die Verrücke leihen. Ja. Ah. Oh. Oh, wer ist denn der? Was? Wer ist denn sie? Ja. Echt? Digga. Wir hätten nichts sagen können. Ich war gerade so, hm, wie heißt der nochmal? Ich dachte, das ist ein Junge. Sie mich rollen gerade. Ich dachte, das ist Postmanone. Was? Ja. Er sagt Postmanone. Dachte ich. Cut the cameras. Cut the cameras. Ist es dann nochmal Ariana Grande oder was? Okay. Stopp. Ah, die, die Violetta. Tina. Ah, Tina. Ah, Tina. Ich habe sie in dem Bild gerade gar nicht erkannt. Regen. Ich hasse den Regen. Was trinkst du zum Abendessen? Also, ich sitze nicht gern im Regen. Regen. Ich hasse den Regen. In welchen Star warst du früher verliebt? Meine Mutter, äh, die weiß immer noch alles besser und hat keine Ahnung. Würdest du eher für immer erst 12 Uhr mittags oder schon um 6 Uhr morgens aufstehen? Schon um 6 Uhr morgens. Der frühe Wurm. Catch den Vogel. Der frühe Wurm. Der frühe Wurm. Catch den Wurm. Ich krieg mehr fertig, solange ich dann nicht müde bin. Wenn ich automatisch aufwache, bin ich wach. Ich schaffe mehr am Tag. Und wenn ich erst um 12 aufwache, ist ja schon der halbe Tag vorbei. Nee, ich schaffe mehr. Call. Call me maybe, hey, I just met you, and this is crazy. Yeah, okay. Here's my number! Call me maybe. Call me maybe. Breathe. Ah! Just keep breathing and breathing and breathing. Da na na na. To Japan breathing. Yeah. Breathe by Ariana Grande. Wow! Aung Soyoung? Nein! Das hat nicht geklappt bei uns! Soll ich das so halblich anstupsen? Nein! Okay, warte! Stopp! Stopp! Ich habe es gespürt, das ist Energie. Ich glaube, das sind Energiefelder. Er ist sprachlos. Passt doch mal auf die Lampe auf! Lieben wir. Das ist ein bisschen schief geworden. Irgendwie schlecht. Was ist das? Lampfe. Nee, das soll was anderes sein. Herz am Stiel. 21st Century Vampire. Äh, Peaches. Warum aber 21st Century Vampire? Ich dachte, es wäre so ein Blutkanister. Was? Äh, Mark Foster, interessant. Naja, Dings. Also, man sieht einen Affen, der so macht und ein Flugzeug. Ähm, das ist von Max Giesinger. Achso, von den Coaches jetzt die, ähm, Bye Bye von Sarah Connor. Boah, Marc Foster irgendwas. Oder Nico Santos. Elef. Äh, Marc Foster, Nico Santos. Ne, Dings. Max, Johannes Oerdinger. Ah, Oerding. Johannes Oerding. Johannes Oerding. Auf Reisen oder so. Blindfliegen. Blinde Passagiere. Blinder Passagier oder so. Ja. Blinde Passagiere, yeah. Mongers. Para Boah손. Lemme selber, naunqueativo Boah. 게임.